Oh, darf ich das machen? Ich fand es total einfach. Ich fand es zu einfach, aber... Hallo Justitia! Na, Lilly? Willst du etwa raus? Die Stimme! Das dachte ich mir. Aber du säst es wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen. Oder doch? Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. Drei Scheiben Toast. Lecker Toast! Aber... Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide... Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Das stimmt nicht. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte. Ich zeig's dich hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Ähm... Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den vier obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse. Mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit. Dennoch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt. Mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur drei kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Genau. Ich finde heraus, dass Lügen böse sind. Äh... Gott. Gott ist gut und wahrhaftig. Los. Woarıi. Woi. Hm. To где守onne. Weisheit. Hm. Ja, das ist logisch. Weisheit. Und das ist logisch. Ich versuch es die ganze Zeit so zu reden. Bönö. Be noiseheit ist böse. Hm. 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 Ja. Das ist logisch. Genau. Gut. 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 Böse ist logisch. Plus, äh, lügt nicht all pur. Na also, lügen sind gut. Aber, aber das kann doch nicht sein. Aber doch. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Nein, du hast mich besiegt. Und jetzt muss ich mich. Ich habe diesen Drang, mich selbst abzustechen. Und Erleichterung. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Yay! Wie lange wollen wir noch so? Machen wir erst mal weiter. Das Kapitel könnte man zu Ende schaffen, oder? Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so drauf. Ich lasse dich laufen. Aber du... Ja, das hatten wir schon. Äh, lügen. Lügen. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Und du flucherst auch nicht? Äh, äh. Na gut. Dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Yiki! Ja! Ich hoffe, das ist dir eine Leere. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Hä? Am besten, man bleibt zu Hause. Ich mag das. Ich mag nicht durch wegen gefährlicher Orte. Aber, Lili, wo willst du denn hit? Du hast doch gehört, Fritz. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstab-Bierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf-Zukowski-Konzert. Hm. Ja, Rolf-Zukowski. Komm, lass uns einstellen. Wie schön das du geboren traits. Boogie, 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 Boogie! Du alter Boogie, Boogie, Boogie! Wuhu, muhu. Eine gute Überleitung zum nächsten Letzen. Wuhu. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. hoffentlich irgendwo am hocken ach nee wir brauchen das Zigaretten ja es kommt hier kommen wir zu also müssen wir nochmal per teleplöptischen Dingern ja teleplöptische Dingern müssen wir auch nicht geschweinlegen hier und ich denn nein war ein Witz ich bin einfach nur tot gefangen im Limbus ist aber ganz lustig hier man kann in Störbildern erscheinen auf dem Friedhof Emus erschrecken ich wünschte trotzdem ich hätte Geld für den Fährmann dabei aber ich musste ja all mein Erspartes in die Seenotopfer stecken wie so Sammelbüchse Lilly war sich zwar nicht ganz sicher ob man als Kind Kaffee trinken sollte aber es gab keinen Blocker also war das wohl okay Kaffee ich glaub das Kapitel war ein bisschen kurzer als das erste oder? Wuhuhugi ja ok Wuhuhugi erstaunlich erstaunlich der Kaffee war so stark dass er Lilly aus ihrer Trance riss der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch auf Lilly hä? willst du mich verarschen? der 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 barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus ich glaub der Barmann schlief sein Rausch aus der Lilly der Barmann schlief Lilly hm also gibt's hier noch irgendwas anderes was man machen kann? dort ist noch was dort die Mulde aus dem der der Barmann hatte bereits ja die Teile legen na hey den musst du mal aufs Auge das dachte ich eigentlich auch Lilly erkannte dass die hm 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 und wenn man raus geht wo geht du hast doch gesagt es gibt's bei einem oder ähm warte ich glaub wir müssen wir müssen nochmal ähm ja ich finde scheiße also das haben die bisschen doof hingekriegt ne das ist die ganze Zeit rum ähm ähm mach du weiter ja oh vergiss es der Weg zu meiner Mine ist streng geheim selbst ich habe Schwierigkeiten in mir zu merken hm eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten guck ich wusste es du bist hinter meinem Gold Herr aber das kannst du getrost vergessen meine Mine ist gut versteckt meine Mine ist gut versteckt und selbst wenn du den Weg finden würdest du kimmst nicht rein der Eingang wird von einem Wendigo bewacht Lilly hatte kein Interesse an der Mine aber dieser Wendigo machte sie neugierig konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln vielleicht lohnt es sich ja doch nach der Mine zu suchen wä du weißt nicht was ein Wendigo ist oder äh äh tja viel weiß ich auch nicht es ist irgend so ein indianischer Dämon der mich am Betreten meiner Mine hindert wenn du mehr Infos brauchst frag den Schamanen er treibt sich hier irgendwo rum die 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 nein ach ich hoch bist du das kleine sag mal was hast du denn im Limbus verloren du bist doch nicht etwa Verbote, Verbote, Verbote Lügen Lügen aha oh je du Arme ich hoffe du hast daran gedacht dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen äh äh das ist ja furchtbar ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen und leider gibt es nur die eine Möglichkeit weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen man legt sie auf die Augen ich kann ich bin Profi aber ich bin gut in dem Spiel ich bin gut in dem Spiel so jetzt wieder da jetzt in 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 요 heute Pizza Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Es gibt zwei einem Buchstabierwettbewerb. Nichts gegen ein Rolf-Zukowski-Konzert. Genau, das ist dein Adventure, was dir schon passiert. Buki. 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 Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirmen krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Na dann. Das ist mehr als nimm du. Jetzt gehen wir auf Proto. Ne, jetzt können wir rauchen. Ah, mein Dom macht ihr einen Einsatz. Das heißt, wo sie wir mitspiegeln. Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedel mit dem Schwund, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. Fünf Sekunden später. Au Backe. Du bist hier mit Abstand, miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Das ist aber schön. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Das ist nicht was drauf. Der Hund ist auch irgendwie krank. Yay. Hi. Wer bist du? Was sieht denn das aus? Woffel? Nee, Fragezeichen. Empfang schwindelt. Help. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Materpfahl suchte. Artig, wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Skippen oder nicht skippen? Das ist hier die Frage. Nicht skippen. Niemals. Ich weiß nicht wie und wo, ne? Ich hab's auch nur durch Zufall rausgekriegt. Ich hab's auch nur durch Zufall rausgekriegt. Und da ist wieder eine Treppe, 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 Treppe. Siehst du? Das ist so easy going. Nein, ich hab mir das gemerkt, man. Der Schamane war schließlich am Materpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Ich liebe die Stelle.